So, nun kommen wir zur Tagesordnung. Punkt 1, Bestätigung der Tagesordnung. Liegen Einwände gegen die vorliegende Tagesordnung vor? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zu Punkt 2. Bitte? Sie müssen sichern, dass die Vorlage, wenn wir da starten, sind wir auch. Ja, die wurden zurückgezogen. Nein, die CDU hat sie übernommen. Bitte noch einmal. Die CDU hat sie übernommen. Also richtig ist, dass ein Tagesordnungspunkt nicht einfach von der Tagesordnung verschwinden kann. Das heißt, den kann die Verwaltung auch nicht zurückziehen. Und unter diesem Tatortauspunkt können Anträge gestellt werden, wie wir lustig sind. Und ich habe gerade gesagt, die CDU-Fraktion stellt diese Vorlage, die die Verwaltung zurückgezogen hat, zur Abstimmung. Und das ist jetzt unsere Vorlage, aber mit dem gleichen Inhalt. Und ich sehe es genauso. Wir tun uns nichts, dazu beschließen. Und wenn wir es nicht tun, gehen wir die Gefahr ein, dass wir Wochen verlieren. Stimmen wir inhaltlich völlig überein. Danke. Sollen wir diesen Antrag abstimmen? Ja, die CDU-Fraktion hat Antrag gestellt, dass die beiden Vorlagen von der CDU übernommen werden. Diesen Antrag muss von der Ratsversammlung abgestimmt werden. Gut, dann bleibt Punkt 14 und Punkt 14.1 auf der Tagesordnung bestehen. Wir kommen zu Punkt 2. Bekanntgabe der nicht öffentlich gefassten Beschlüsse der letzten Sitzung. Die Ratsversammlung hat im nicht öffentlichen Teil keine Beschlüsse gefasst. Punkt 3. Einwohnerfragestunden. Es liegen keine Einwohnerfragen vor. Punkt 4. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 22. Sitzung vom 10.09.2015. Es liegen keine Änderungsanträge vor. Und damit ist die Niederschrift des öffentlichen Teils von der Sitzung am 10.09. genehmigt. Wir kommen zu Punkt 5. Mitteilungen der Stadtpräsidentin. Sehr geehrte Ratsmitglieder, wir möchten den ehrenamtlichen Helfern, die sich in den letzten Wochen um in Flensburg gestrandete Flüchtlinge mit Ziel Skandinavien gekümmert haben, um im Rahmen einer Feierstunde zu danken. Feierstunde seitens Helfer wurde der Wunsch geäußert, dass diese Feierstunde im Raum von Bahnhof stattfindet. Und wir werden im Oktober diese Feierstunde in diesem Raum auch organisieren. Es ist richtig, dass Flensburg für die uns vom Land zugewiesenen Flüchtlinge zuständig ist. Es ist aber auch richtig, dass für die am Bahnhof gestrandeten Flüchtlinge auch das Land zuständig ist. Und eigentlich bräuchten wir noch eine weitere Feierstunde. Es sind nämlich nicht nur ehrenamtliche Helfer rund um den Bahnhof, sondern viele Menschen in Flensburg, die viel Gutes für Flüchtlinge tun. Das sind auch Vertreter der Malteser, Krankenhäuser, Polizei, DRK und Vertreter auch Lehrern und Lehrern in unseren Schulen, aber auch unserer Verwaltung. Und ich möchte hier auch als Stadtpräsidentin allen Mitarbeitern und Mitarbeitern unserer Verwaltung, angefangen von den Sachbearbeitern und Sachbearbeiterinnen bis zu den Fachbereichsleiter und Bürgermeister, Oberbürgermeister für ihren Einsatz und ihr Engagement bei der Unterbringung der zahlenmäßig enorm angestiegenen Flüchtlinge ganz herzlich danken. Viele Mitarbeiter in der Verwaltung arbeiten im Limit, was nicht einfach ist, wenn man kein Licht am Ende des Tunnels sieht. Eine kleine Bemerkung noch zu Ereignissen in Flensburg. Mit Erschütterung habe ich im Urlaub im Ausland vom Anschlag auf das dänische Generalkonsulat gehört und gleich nach meiner Rückkehr dem Konsulat des Königreichs Dänemark, dem Generalkonsul Prof. Becker Christensen, mein Bedauern als Stadtpräsidentin zum Ausdruck gebracht. In meinem Schreiben heißt es, und ich hoffe, das sei auch in Ihrem Sinne, dass Flensburg ist eine Stadt mit einem reichen dänischen kulturellen Erbe. Ein gutes Verhältnis zwischen unseren beiden Staaten, Deutschland und Königreich Dänemark, und deren Bürgerinnen und Bürgern hat für Flensburg höchste Priorität. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.